Wir von Wettbonus.com zeigen dir heute, wie du ganz einfach zum Cashpoint Willkommensbonus kommst. Gehe dazu auf Wett-Bonus.com und klicke auf den kleinen Pfeil neben dem Wettbonusvergleich. Wähle Cashpoint. Du kommst dann auf unsere Seite des Wettbonusvergleichs. Hier kannst du nochmals detailliert alle Infos zum Willkommensbonus nachlesen. Scroll in und auf dieser Seite runter bis zu einem grünen Button. Dieser führt dich direkt zur Seite des Bookies. Auf der Homepage des Bookies angekommen, klicke auf Jetzt registrieren. Nach Eingabe deiner Daten akzeptiere die AGBs und die Datenschutzerklärung und gehe auf Registrierung abschließen. Rufe in deinen E-Mails den Link auf, den dir Cashpoint zugesendet hat. Klicke hier einfach auf Jetzt aktivieren und schon kannst du mit dem Wetten wirklich loslegen. Dein Konto ist nun für dich freigeschaltet. Zur Überprüfung deiner Daten musst du nun noch die Kopie deines Reisepasses oder Personalausweises per Mail an Cashpoint senden. Sobald du in deinem Konto eingeloggt bist, kannst du deine Ersteinzahlung leisten. Mit einem Klick auf Einzahlen kommst du direkt zu sämtlichen Einzahlungsmöglichkeiten, die Cashpoint für dich bereithält. Wir wollen dir den Einzahlungsvorgang nur mit dem Bezahlen per P-Safe-Card vorzeigen. Wenn deine Einzahlung erfolgreich war, siehst du deine Einzahlung gleich verdoppelt auf deinem Konto. Hier beispielsweise 20 Euro. Mit dem Klick auf das Menüzeichen kannst du deine Einzahlung nun abrufen. Unter dem Punkt Bonusübersicht kannst du diese nochmal genau sehen. Hier wird dir dein Ersteinzahlungsbonus von 10 Euro gezeigt und ebenfalls genug verbleibenden Tage, um diesen Bonus zu nutzen. Im nächsten Schritt kannst du deine Wetten dann platzieren. Wähle, um deinen Bonus geltend zu machen, Wetten mit einer Mindestquote von 1,9 aus. Wir drücken dir die Daumen und wünschen dir mit deinen Sportwetten viel Erfolg.